Musik Hallo ihr Lieben und wir öffnen heute wieder ein Türchen für unseren Weihnachtskalender und heute sind wir bei Alessio Alesio hat eine Überraschung für euch für den Weihnachtskalender werden wir einen guten Schein geben jeweils 20 Euro könnt ihr bei uns in Schwizio einlösen oder in Edelweiss Spitzwegstraße 67 entweder in Schwizio, Wilstuferstraße 20 oder in Edelweiss Perfekt, danke dir Alessio dafür Ciao, sehr gerne Schöne Weihnachtszeit euch Macht's gut Ciao Buon Natale Alesio 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 Alesio